Hallo Leute und Willkommen hier bei mir. Heute schauen wir uns das allerneueste Monopoly Spiel an, denn da steckt ein bisschen Technik drin mit Sprachsteuerung. Monopoly Voice Banking, sprachgesteuerter Spielspaß für alle. So steht es hier mal drauf. Maximal vier Spieler können das ganze hier spielen und das neue coole ist, wir haben hier den Banking Zylinder und ja da wird über Sprachsteuerung alles mögliche abgewickelt. Man braucht kein Bargeld mehr, keine Bankkarte mehr und ich zeige es euch mal. Wir haben es ausprobiert, wir haben hier schon ein paar Runden gespielt und ich kann euch sagen, es funktioniert echt gut. Schauen wir mal rein, was wir so finden können. Also das ist der Packungsinhalt. Einmal hier, das ist nur so ein bisschen optisches Gedönze und unten drunter finden wir dann einmal unser Spielfeld zum Ausfalten und die einzigsten Karten, die wir noch haben, sind einmal die verschiedenen Straßenkarten, die man natürlich noch braucht für die ganzen Straßen und es gibt noch eine Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte und ansonsten gibt es dann hier noch so eine kleine Übersichtskarte mit den Sprachbefehlen, die der Zylinder hier alle verstehen kann und wie man das ganze steuert und ja, das ist für jeden Spieler einmal dabei. Und dann haben wir natürlich zum guten Schluss ein paar Häuser und Hotels, wobei das auch deutlich weniger sind als zuvor, also hier orange die Hotels, blau die Häuser und dann gibt es hier noch die Spielfiguren, die sehen auch, ich sollte mal sagen, ganz interessant aus, so die Slime Edition. Also wir haben einmal hier den Dinosaurier, einmal das Auto, einmal die Katze und einmal den Hund. Das sind die Spielfiguren und da gibt es natürlich noch hier zwei Würfel, auch alles hier in dieser grünen Optik. Und dann natürlich das Hauptinteressant-Bestandteil ist dann hier unser Banking Zylinder, beziehungsweise ja, das hier ist jetzt einfach nur, es erinnert schon stark an so einen Sprachassistenten, an so einen Echo Dot oder sowas in die Richtung. Hier unten kommen drei AAA Batterien rein, da schaltet man das Teil dann auch ein und hier oben haben wir dann die Bedienelemente. Das ist einmal jeweils ein Knopf für jeden Spieler, also Katze, Hund, Dinosaurier und Auto. Einmal ein Knopf, um irgendwas zu wiederholen, wenn man ein Sprachkommando nicht richtig verstanden hat oder um etwas zu stornieren, wenn ein Fehler passiert ist, damit macht man dann den letzten Schritt nochmal rückgängig und natürlich hier oben nochmal die Sprachausgabe. Und damit es auch richtig zylindermäßig aussieht, gibt es dann hier noch die entsprechende Hutkrempel. Also da setzt man den Zylinder einfach drauf und dann sieht er aus wie vom verrückten Hutmacher. Und das ganze Spiel, das ganze Monopoly-Spiel wurde hier schon deutlich beschleunigt durch verschiedene Geschichten. Ich schaue mal, ob ich das hier so hinbekomme. Übrigens, ich nehme das hier gerade mit dem iPhone 11 Pro auf, mit der Weitwinkelkamera. Ist gerade sehr praktisch, damit ich hier alles drauf bekomme. Ihr seht hier das Spielfeld und das wurde verkürzt. Also es gibt hier jeweils immer nur von den Straßen zwei Felder, also zweimal grün, zweimal rot, zweimal braun und so weiter und keine drei Straßen. Da hat sich also was geändert. Das Spielfeld ist insgesamt etwas kleiner geworden und dadurch geht es auch schon ein bisschen schneller erstmal rund. Und außerdem, ja, so eine Runde, also bei uns, ich sag mal, die hat nicht wirklich länger als so 30 Minuten, vielleicht 35 Minuten gedauert. Wenn der erste Pleite ist, ist das Spiel vorbei und dann wird nur noch zusammengezählt, wer am meisten Kohle hat mit Straßen und so und es kann getauscht werden. Also insgesamt wurde das hier alles etwas beschleunigt. Mr. Monopoly, wer liegt in Führung? T-Rex, du führst. Los, lass uns dein Freudengeroll hören. Das können wir damit aufhören. Miete zahlen. Berliner Straße. Okay, der Rennwagen hat 250 Monopoly-Dollar von dir bekommen. Kaufen. Rathausplatz. Der Rathausplatz gehört dir für 350 Monopoly-Dollar. Tausch erzwingen. Turmstraße. Für welches Grundstück? Theaterstraße. Erledigt. Erledigt. Ich dachte, du bist Parkstraße. Und die Theaterstraße. Hier kann ich jetzt bauen. Haus bauen. Auf welches Grundstück? Opernplatz. Stelle ein Haus auf der Opernplatz. Ereigniskarte. Ereigniskarte. Du hast bei einem Gesangswettbewerb den zweiten Platz gewonnen. Hier sind 50 Monopoly-Dollar. Aber jetzt hören wir uns doch mal an, wie das hier losgeht. Hier unten mache ich einfach mal den Schalter auf ON und wir hören mal rein. zukünftige Millionäre, seid willkommen. Drückt die Taste eurer Spielfigur, dann seid ihr dabei und bekommt von mir 1500 Monopoly-Dollar auf euer Spielkonto. Also, wir nehmen einfach mal den Dinosaurier. Und dann nehmen wir noch mal den Hund. Und das war's. Wir spielen einfach mal hier zu zweit. Nein. Fangen wir an. So, dann wird der Zylinder in die Mitte des Spielfelds gestellt. Dann wird erstmal gewürfelt. Und dann gibt es eben hier die verschiedenen Geschichten. Wenn ich dann zum Beispiel auf ein Feld draufkomme und will kaufen, tippe ich einfach hier auf mein entsprechendes Feld. Ich bin der Dinosaurier und sage mal, kaufen. Dann, Poststraße. Die Poststraße gehört dir für 100 Monopoly-Dollar. Und das Ganze wird dann automatisch vom Konto abgebucht. Ich kann jederzeit abfragen. Kontostand. Du hast 1400 Monopoly-Dollar. So, und so läuft das ganze Spiel. Man würfelt, wenn man über loskommt, dann heißt es einfach, sagen wir, der Hund kommt über los. Über losziehen. Hier sind 200 Monopoly-Dollar. Ja, wenn ich auf ein Ereignisfeld draufkomme. Ereignisfeld. Ereigniskarte. Ups, sagen wir, das war ein Bankirrtum. Hier sind 200 Monopoly-Dollar. Also, ihr seht schon, wie das Ganze funktioniert. Dann gibt es keine Bahnhöfe mehr im Spiel. Aber es gibt halt viermal die Zugfahrt. Und da wird man immer auf ein anderes Feld dann weitergeleitet. Zugfahrt. Du fährst mit dem Zug. Drücke vor auf der Opernplatz. Und dann wird dann einfach vorgerückt. Und was auch interessant ist, es gibt hier diese Felder Tausch. Wenn man da draufkommt, kann man einen Tausch erzwingen. Also man kann von einem anderen Spieler sich eine Straße nehmen, solange noch kein Häuschen draufsteht. Muss aber dann auch eine andere Karte abgeben dafür. Und das ist auch eine interessante Sache. Tausch erzwingen. Badstraße. Die Badstraße gehört dir nicht. Ja, und da seht ihr auch, das Ding passt auf. Der weiß jederzeit, wem hier was gehört. Und das macht die Sache einfach ziemlich einfach. Also es macht Spaß. Und die Spracherkennung, die funktioniert. Die funktioniert echt gut. Da war ich überrascht. Ich habe gedacht, ob das immer so einwandfrei klappt. Aber es klappt echt gut. Ganz selten. Dann wird man Kommando nicht verstanden. Dann muss man wiederholen. Aber das ist echt die Ausnahme. Ich muss sagen, es funktioniert echt gut. Hat Spaß gemacht. Und das Spiel ist schnell. Früher hat man Monopoly gespielt. Hat man überlegt, das dauert jetzt vielleicht zwei, drei Stunden. Haben wir genug Zeit? Aber hier bei Monopoly Voice Banking ist es ausgelegt auf 20 bis 30, 35 Minuten. Dann sollte so eine Runde einfach vorbei sein. Weil wenn der erste Spieler pleite ist, dann ist hier Feierabend. Also uns hat es echt Spaß gemacht. Macht dich mal überrascht hier. Der Banking Zylinder, der funktioniert echt, echt gut. Ist eine feine Sache. Kein Rumhantieren mehr mit Bargeld. Kein Rumhantieren mit den Banking Karten, was es ja auch mal gab. Was echt nervig war. Haben wir auch mal gespielt mit der Bankkarte, wo man hier alles bezahlt. Das hat alles nicht so prägend funktioniert. Aber hier eine coole Sache. Also wenn mal das moderne, schnelle Monopoly gleichzeitig auch eine vereinfachte Version von Monopoly spielen möchte, dem kann ich hier das Voice Banking echt nur empfehlen, Freunde. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Oder uns hat es echt viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch Voice Banking einfach mal hier unten. Gibt es auch bei Amazon zu kaufen so 30, 40 Euro. Und dann kann der Spiel Spaß losgehen. Und mehr habe ich schon gar nicht dazu zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Und sage viel Spaß beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal. Hier bei mir AppleCab. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020